Musik Wo der Keschel was eh verbinden mussag Ist euch hier durch der Piesgel von der Siedlerin aber das Herr pequeño mit Ihnen Und das Im Пierdğlu lernt sie auch sehrifica In der Nechem Havel in der Tavshin Memchess of Rebbezen als Bachar, es war nicht easy zu kommen in der Rebbe's house. One way for me to get into all the Tefilah ist, ich habe viele Rabbanen aus dem Welt gebracht, I coordinated it. The main one I remember is I came to with Rabbi Hirschprung. I brought him from the airport. And we all walked over for Nicham HaVeilem. And then, as it is in a Nicham HaVeilem, especially Memches, it was not a very happy time in the Rabbi's house. The Rabbi was mostly serious for the many, many people that I brought and for the many hours that I was there when people came. But Rabbi Hirschprung was talking and learning. And then, when he brought up the part where he saw Nelkotisiches. Wenn er gesagt, der Rebbe hatte so ein Schmiel, und du hörst es in seiner Sprache, und du fühlst es, dass es ein unerwichtiges Moment war. Dann, nachdem er sagte, wenn er sagte, »Ich kuck echen namar mekojmas««, der Ebbe hatte eine Tremendungsmile auf seinem Gesicht, die ich nicht von jemandem gesehen habe, der ganze Zeit, als ich da war, während der Shippa. Der Ebbe fragte ihm, »Ich kuck echen namar mekojmas«, »Ich kuck echen namar mekojmas««, »Ich kuck echen namar mekojmas«, »Ich kuck echen namar mekojmas«, »Por « der «Ig � treffective »Das Siemcha Die 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 I'll never forget. I'll never forget. זה שהרבי כותב לילד בן 13 זה עצמו מרגש. בעצם זה של ללמד ליקותי שיחות או להעביר ליקותי שיחות לקיבוץ אז אני חושב שזה הרבי רצה את זה ורבי היה חשוב לו ולכן הוא גם כתב לנו על זה וחיזק אותנו בנקודה הזאת. זה יוםרד זה שיחס ולמד. לנבר התחלת גרויסגרויסטה. את זה שלך מזה. בייכול ישבי מהאפליבס עם רבי בלייך ואתה הויסקית. באינפל חייבו בנך נכקיות. עם ליבר גרונר. Als wir uns gelassen, da reingehen, zum Reppen. Das hat den Stall verdrassen. Und nachher bin ich zurückgekommen nachher, zum Reppen. Aber das ist echt vom Reppen. Als ich mich da reingehen habe, hat mich da reingelassen. Nähe, die Tiere sind auf dem Pfadiert. Wenn du willst, kannst du da reinkommen zu mir. Private. Einmal war er verbringen. Und der Reppen war gewissen mit der Hand. Ich lese mir mit dem Reppen. Aber wenn ich이 so rauskomme, Ini nicht mehr, haben wir ein paar Osterben. Du bist so sehr. Und du bist so sehr. Du bist so sehr. Also war es wieder ein paar Jahre. Je will das nicht mehr, die ich so sehr. Eine, wie es so ist. Du bist so sehr. Du bist so sehr. Du bist so sehr. Das war's für heute. zu die, was lernen, Teirosei, aber auch die, was wir nicht sicher haben, haben Teiromipi. Das kommt, die Talmide, Talmide, wie er sagt in der Geres HaKedosh. Die, was eine Verbunden, mit die, was lernen, Teirosei. Für Jut Shvat Tofina Liedmim my father, brought me to the Rebbe. I was 11-year-old at the time. And of course he was a Febringen. And the Rebbe asked a couple of questions on Rashi. Obviously the Rebbe guided me a little bit until I reached some kind of explanation. And my father asked me to write it down, which I did. I remember going with my father to 770 on Friday, a little before the beginning of Shabbos. And Rabbi Klein, the Rebbe's secretary, calls my father and shows him a settle and and the Rebbe wrote as follows. I enjoyed very much reading it. Especially from the Diuk and I looked at the different details because it was a pretty detailed explanation. Then on Shabbos day, of course it was again a Febringen, my father was sitting below on one of the benches. He motioned with his hand, something which meant my father understood it to mean, where is your son? I was a little boy. I was 11 years old, as I mentioned. and like other kids, I had the privilege of sitting on the beam of the Febringen around the Rebbe. Rabbi B'yomi Klein immediately picked me up and gave me a cup of L'chaim to raise and I was standing there holding the Rebbe and the Rebbe looked at me and nodded like he did with a big smile. I was born in the house where all the things of the Torah of the Rebbe is not only the support of the Torah, but also the language of the Torah of the Rebbe was very significant. There is an option from all the times that I was able to be and be the Chathimah of the Rebbe which is the option that I can't remember. and I think that this is the the children's the most important that I have for my life. I was born when I was 9 close to 10 and he knew about the success of the Rebbe of the Rebbe for the Rebbe and the Rebbe of the Rebbe. I don't know how to explain exactly why but I was very excited that I wanted to get to the success of the Rebbe. We were able to get to the Rebbe and to get to the Rebbe and to get to the Rebbe. I decided to go to the Rebbe a blessing in the Rebbe in English that I have been to the Rebbe of the Rebbe and I changed my own and I wanted to to the Rebbe of the Rebbe that I wanted to to the Rebbe of the Rebbe. Aber als wir uns haben, und wir haben einen Vater und ich habe mich gemerkt, dass ich nicht konnte sagen, dass ich mich erinnert habe, dass ich mich erinnert habe. Und dann, nachdem ich den Vater erinnert, um zu sprechen, was er erzählt hat, oder er erzählt hat, Der R. Zbih hat er nicht auf mich und fragt, ob ich mein Vater von meinem Vater in Yiddish. Das ist ein Schwerzum. Ich habe es mir nicht so geplant. Ich habe es mir nicht so geplant, sondern ich habe es mir nicht so geplant. Ich habe es mir nicht so geplant. Er war mit dem Jahr, mit dem Jahr, ich habe gewonnen, von dem KShit zu bringen. Ich habe mich bewusst, dass es um die grapefunden, eine gute Regelung zu treffen, wenn man hier auf die imaginationste Zeit macht, wird, was der K WITHIN der Tat zu kommen, ist das bekanntlich, die Geduld.